Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe... Wow, geilo. Oh, da muss man da abschränken. Ja, zu einer weiteren Ausgabe. Herr der Ringe, modder das Schatten und ich hoffe jetzt, dass mein schmuckes Reittierchen jetzt noch da ist. Würde ich... Würde das Ganze ziemlich erleichtern? Mein Tierchen ist nicht da. So, den kann man... So, den kann man... Nein, und du nicht? Ja... Ja... Da ist er nämlich gleich im Arsch. Das war der leichteste Kill, Leute. Das war jetzt Leihwand. Oh... Ach, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich komme nicht zu dir, du kommst nicht von mir! Auf ihn! Ich bin stark. Du bist schwach. Tschüss. Oh. Ja, ich glaube, das ist doch eine Nummer zu heftig. Na gescheiße. Du hast Glück gehabt, den Pfiff. Heuter. Lauft's nur. Heuter. Scheiße. Oh. Oh. Zu viele. Oh. Da hatte ich jetzt nichts mehr. Der Dünnpfiff ist zum Schlagen, wenn er nicht so viele Gefolgsleute da hätte. Ja, der wird nachbesetzt. Ein bisschen sind die Reine eh schon ausgedünnt. Ausgedünnt. Wir gehen jetzt trotzdem mal dorthin. Das sind die Reine. Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflektionen des Lichts der beiden Bäume. Und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. So, das holen wir uns. Ne, das wollte ich ehrlich nicht. Hast du mal eine der Spinnen ins Feuer geworfen? Du musst das gezische hören bis jetzt. So. Ja, was ich euch noch sagen wollte. Ich habe hier jetzt auch ein neues Ort wieder ausgewählt. Ein bisschen härteres. Wenn du einen Menschen auf dich zukommen siehst... Oh. Oh. Warte. Ich habe hier etwas. So. Block. So. Wo ist das Ausgewählte jetzt? Hm. Nicht mehr ausgewählt. Okay, weil es weg ist. Läuft. So. Machen wir das mit dem Dolch. Jetzt derweil einmal. Das machen wir auch ein bisschen. So. Oh. Dieser neue Häuser soll sich nur trauen, auf mich herabzuspringen. Ich bin bereit. Sag Bescheid, wenn du ihn siehst. Ich werde ihn noch in der Luft mit meinen Bolzen durchlöchern. hohohohoho. Das war geil. Oh, das ist ein... Das ist ein... Das ist geil. Oder was? Oder was? Oder was? Ich will das nur holen. Fick dich. Selbst mir wird es langsam langweilig, Weitläufer. Ah, der war auch wieder da. Aber gut, in einer hat man ausgeschaltet. Ah, der ist wieder da. Was für eine magische Kraft, mit der du in ihren Geist ringst, das ist nichts gewöhnliches. Es ist die Macht, Schrecken unter den Dienern des Feindes zu sehen. Es ist die Macht, die zu jagen, die dem dunklen Herrscher folgen. Oh, wer hat die Info für mich? Du bist das. Oh, wer ist das? Na gut. Danke. Na gut, dann hast du gar keins mehr. So, jetzt schauen wir hin, wo wir als nächstes hin müssen, wollen, können, sollen, was auch immer. Das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit machen. Der Rüstmeister sagte, ich hätte seine Waffen gestohlen. Den schmutzigen Lügner sollte man in das Schmiedefeuer stoßen. Weiter. Ich hoffe, der Mörder ist weg. Hab heute keine Lust auf Ärger. Gut, hier nicht. Der Grafhandler kann nicht so übernatürlich sein, wie die Orgs glauben. Ich muss irgendein Schmiedefeuer sein. Oh. Hm, wenn wir aber schon mal da sind. Oh, da hat mich da einer gesehen. Oh. 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 Scheiße. Alter. Hochziehen. Hochziehen. Fick dich, Alter. So viel zur Sklavenmission. Du könntest einen Sklavenkopf in die Luft werfen. Und er wäre doch vom Volk. Halt. Ich habe etwas gesehen. Hast du einen dabei? Dann könnten wir es ausprobieren. Gut, hat er doch keine Infos für mich. Was muss das sein jetzt? So, zu dieser Mission wollte ich jetzt eigentlich. Und die machen wir jetzt. Oh. 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 Hast du gehört ? Best du? Oh. Oh. Hm ich bin reefs scheinen. Schöpfer. Hä. Ich weiß. Hä. Ich weiß nicht. Der Angriff von oben, da bin ich aber aufgedeckt. Wenn die Nacht kommt, muss man auf der Hut vor Ghoul sein. Du kannst da für ein Ziel arbeiten. Wenn du nicht arbeitest, müssen wir es ja tun. Es gibt noch andere, die dich brauchen. Bitte finden sie. Oh. Ich schätze, die Mörder sind weg. So, ein bisschen Verwirrung stiften. Ja. Bei allem, was hier so vor sich geht, könnten wir sicher ein paar mehr Krieger gebrauchen. Hier gehen Gerüchte um, dass der Häuptling hundert Berserker herschicken will. Wir warten, die die um den Bord steigen. Das Schlimmste an diesem Reicheltern ist, dass sie sich immer ausgestellen, die vollen Säcke. Alter! Scheiße! Alter! Danke, bald Ober. Unsere Freunde sind in der Nähe. Alter! Ui, der Flink geht harkend, aber tief. Alter! 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 Ich glaub, die sind jetzt ein bisschen alarmiert. Es wird keine Menschen und kein... Oh, genau nicht, mein Großen. Oh. Oh, fuck. Und du wirst jetzt ausgelöscht. Kann ich mir denn nur losschneiden? Alter, vorder. Oh, falsche Richtung. Nein. Du bist mir noch eine Blutlache und eine Erinnerung. Das will ich jetzt noch mal machen, Alter. Das mach ich jetzt noch mal mit euch. Aber ich werde jede Waffe einsetzen, die man mir in die Hände legt. Es gibt nichts, vor dessen Einsatz unser Feind zurückschrecken wird, um den Sieg zu erlangen. Wir müssen ebenso erbarmungslos vorgehen wie er. Oh. Ich seh ihn! Oh. Oh. Voll runtergefallen. Oh, was ist das für ein Symbol? Oh. Oh, Scheiße. Ich würde es zur Uhr bereuen. Oh. Nein. Ach du Scheiße, das sind in der Uhr viele. Na zu. Kugeluga. Oder? Oder? Kugeluga. 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 Gorgun. Kugeluga. 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 Na zu. Na zu der Teufel. Den brauche ich aber nicht. Tarts der Gelehrte. Wo bist du? Wo waren die Tarts als die schwarze Hand das Tor angriff? Offensichtlich haben sie sich ängstlich verkrochen. Hau. Piste Depper, da sind viele Häuptlinge jetzt da. Kugeluga. Kugeluga. Tarts. Scheiße, da wollte ich nicht hin. Kugeluga. 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 Durchschnittsfluss. Sisesti als Tier mit nur einem halben hirn würde ich mich einfach in einer Höhle verkriechen und eines unserer Überfälle aussitzen. Nichts und niemand in ganz Mordor könnte unseren Häuptling mehr siehlen. Alter, dann kann man nur niederschlangen. Alter, die sind alle da? Nein, geschlechtlich. Lasst euch nicht verbrennen! Hey! Wenn ich anfange, wirst du dir wünschen, von deiner Quale erlöst zu werden! Jetzt mal! Wie ist das Leuchttemberg? Einer von euch muss sich um Fleischfeuer kümmern! Oh! Das ist so uncool, Leute! Wir sehen uns wieder und ich werde mich rächen! Moment! F*** dich! Komm glätt da rauf! Oh! Na, f*** dich doch! Dich will ich nicht! Oh! Das war das! Leute! Oh! Oh! Das wird schnell weg! Oh! Ja, das glaube ich eh. Das glaube ich. Gehen die endlich, dass ich mal die Waffe holen kann vielleicht? Oh, das muss ich jetzt probieren. Ja, 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 ja. Schnell weg hier, Leute, schnell weg hier. Oh, wie komme ich da raus? Sonst bin ich bald wirklich am Arsch daheim, Alter. So, ich bin da. Ich werde zu so einem Turm flüchten. Ah, Schnellreise. Geilo. Ja, das war's mit dem Abenteuer. Ich bin ein Fangamer. Macht's gut. Bis dann und ciao.